Hi, wir hatten hier mal das eine oder andere Tutorial, mittlerweile über Crowl, eine Notification Software, mit der man praktisch Informationen eines Programms direkt auf dem Desktop anzeigen lassen kann. In einem anderen Tutorial beschreibe ich euch das genau nochmal. Hier geht es einfach mal darum, wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ganz viele Mitteilungen von Xmarks Sync. Bookmark Sync Done, das heißt Xmarks, synchronisiert die ganzen Favoriten innerhalb meiner Browser. Auch hiervon hatten wir auf Hutu die mittlerweile ein Tutorial. Und das klappt nicht so ganz bei Crowl, dass er die verschwinden lässt. Das heißt, ich muss die hier per Hand wieder wegklicken, damit die auf dem Desktop auch verschwinden. Das kann ich aber auch einstellen, dass die Statusmeldungen für die Xmarks nicht mehr angezeigt werden. Das macht ihr ganz einfach. Ihr geht auf das Crowl-Logo, Open Crowl References, dann öffnet sich die Systemsteuerung. Und hier habt ihr in den Tabs oben den Tab Anwendungen. Und ich klicke auf Xmarks for Safari, einstellen. Ich kann ihm sagen, wo die Notification stattfinden soll. Also oben in der Ecke, unten in der Ecke und links, oben links, wie auch immer. Und wie ich das angezeigt bekommen möchte. Aber in meinem Fall möchte ich diese Xmarks gar nicht angezeigt bekommen. Das heißt, ich klicke hier auf den Active Haken. Also ich nehme den Active Haken weg, schließe das Ganze wieder und es ist abgespeichert. Wenn jetzt Xmarks Sync vornimmt, ich mache das jetzt einfach mal per Hand. Synchronize Now würde jetzt ja eine Crowl-Notification kommen, oben rechts in der Ecke. Und die ist jetzt nicht mehr da. Das Problem ist zwar nicht gelöst, aber das ist ein Bug in Crowl. Das müssen die Entwickler fixen. Das ist eine Lösung, die man gehen kann, um einfach diese ganzen Notifications nicht mehr auf dem Desktop zu haben. Das passiert witzigerweise auch wirklich derzeit nur bei mir mit Xmarks. Okay, das war es zu diesem kurzen Tutorial hier auf meinem YouTube-Channel Hotodi. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid, abonniert meinen Channel oder sagt anderen Leuten, hey, coole Tutorials. Wenn ihr mal ein Problem habt am Computer, wo ihr nicht weiter wisst, vorzugsweise Mac OS X oder so, schreibt mich einfach mal an. Vielleicht kriege ich es hin und kann euch ein Tutorial dafür machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!